Was?! Okay, wir haben ein ganz kleines Problem. Okay, das ist weg. Ähm, dort. Was wir natürlich machen könnten, ist, dass wir hier irgendwie eine Tür reinbauen und dann hier hinten auf so ein Feld kommen. Wir machen es einfach. Scheibe weg. Ach, Mama. Glasterbox, hat man doch bestimmt gehört. Jetzt kommen die Monster in Scharen. Kann man kussieren. So, ist das hier weg? Alles weg. Heute hat Lotai-Khan. Ja, der heißt auch in echt so. Dat Lotai-Khan. Der heißt Lotai-Khan. Ja. Ja, ich hab schon was gesagt. Dat Lotai-Khan. Dat Lotai-Khan jedenfalls, dat, dat, dat hat heute den ganzen Tag Money Boy gesungen. Und das hat mich ganz... Oh Gott, ist Money Boy nicht dieser unglaublich schlechte Rapper? Hat gesagt, jeden Zweig auf, schaue kurz in den Spiegelsack, got up. Und mehr konnte der auch nicht von diesem fucking Lied und hat es die ganze Zeit wiederholt. Die Frage, muss man das Feld nicht irgendwie mit doppeltem Boden bauen, sogar wenn wir da Wasser durchlaufen lassen wollen, für Zuckerrohr? Ja, nein, dann tropft, dann tropft. Dann kommt's dann noch drauf. Ja! Man hat Zuckerrohr kann man nicht so bauen, nur muss man... Was hat denn dein Leben? Aber es muss nicht unbedingt langläufig drauf, oder so. Stimmt. Haben wir noch hoch? Ne. Noch nicht. Wir sind noch... nur zu unprivilegierter zu folgten mit ihm er hat mich aber auch welche geschmacht weil ich gedacht habe dass du keine haben egal wo an die man am Rand am Land können wir noch im Zaun ja wir sollten noch eine Stelle für Wasser freilassen Niko das habe ich schon mal alles jetzt verbaut ich weiß nicht haben wir noch einen Wassereimer oder so mit genau Sticks ich kann aber kurz welchen holen gehen wir haben auch noch Eisen wir könnten uns welche craften wir müssen eh hoch im Wasser holen er war klar weil er war der Liga wenn dort sind schüttel ich meine aber es ist ich jetzt mal kurz zu Neuropa ist wo es hier noch wenn du mal kurz darüber Ich muss hier hoch. Wir sollten uns mal ne Treppe bauen. Zumindest nicht effektiv. Scheiße, er hat mich nicht gesehen. Schlimm. Scheiße, ich bin in der Mähne. Er ist weg. Alter, ich komm mir nicht hoch. Ich komm mir nicht hoch. Ich komm mir nicht hoch. Ah, ich hab's geschafft. Ich hab jetzt sowas von nicht. Das ist so scheiße aus. Und dieser Insel. Und dieser Insel. Und dieser Insel. Was kann man nicht? Warum kann man nicht? Man kann kein Wasser entschließenden Passworten. Das verwundert mich eigentlich. Das entschuldigt mich. Und man kann was entschließend damit. Ich weiß. Nein. Das sind Schüsse mit minderwertiger Qualität. Nee. Okay. Ähm. Ja, aber warum kann man nicht Pilz trinken? Keine Ahnung, vielleicht tropft die auch durch. Okay, das war ja ziemlich schlimm. Aber die ist dann vermutlich heiß, weil kalte Pilzmittel würde ich nicht ersetzen. Irgendwie gehen unsere Felder hier ganz schön schnell kaputt. Ja. Wo soll ich jetzt das Wasser hinsetzen? Moment Sekunde, warte mal. Putzt du keiner in der Mikropone oder so? Ich hab mein Ohr geputzt. Achso, das hat man nämlich unheimlich laut gehört. Äh. 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 Und wie stellst du dir das jetzt vor? Egal. Okay, Nico, ich werd mich jetzt in tödliche Gefahr. Ich wollte dir jetzt noch aus dem Fenster zugucken. Ich sollte eigentlich einen Block tiefer gehen. Das Problem ist nur, unter dem Haus ist ja nirgendwo ein Block, woran man es befestigen könnte. Äh, hast du es geschafft einen Block drunter zu setzen? Ich sollte eigentlich jetzt da runterklettern und einen befestigen von den Höfen abgestürzt. Warte, ich werd das jetzt auch machen. Aber ich hab das ganze Zeit möglicherweise verstaut. Warum hab ich wirklich gefahren? Nein. Ey, ich hab's schon beim Rausspringen nicht geschafft. Beim Gang aus dem Fenster hab ich schon... Nein, scheiße, ich hab mich auch gefahren. Ich hab... Wunderbar einfach ein Loch. Irgendwo... Irgendwann nicht. Ich bring jetzt einfach mal raus, so. Uaah. Wie hast du denn eigentlich dein Loch gelesen? Ja, die heißt dann... Der Fall der Fälle. Oder Dre und Jiza, sein größter Fall. Die Reichenbach-Fälle. Dre und Jiza, sein größter Fall. Sein größter Fall. Okay. Und? Ist er fest? Ja, jetzt komm ich noch nicht mehr hoch. Ach doch, ich komm sogar noch hoch. Ich kann ja an den Block... Ach... H... 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 Ich komm doch nicht mehr ganz hoch. Wir haben ja noch Kohle. Uaah. Okay. Tschüss. Ich hätte dir natürlich noch die Steine oben hinwerfen können. Aber so glücklich war ich jetzt nicht mehr. Bau einfach oben. Wenn du oben bist, dich ab. Oh, stimmt. Aber wir haben keine Spitzsacke mehr oben. Ich müsste erst eine holen. Weißt du, wo ich stark dafür bin? Ich nehme mir jetzt einen Eimer hier rüber und mache hier drüben eine zweite Wasserspur. Und dann kann man nämlich einfach aus der Tür hinaus in diese Wasserspur reinspringen und muss nicht andauernd hier hoch schwimmen und dann in diesen Gefahrenweg laufen. Dann kannst du einfach auf die andere Seite in die Wasserspur gehen. Ja, okay. Ja, okay. Oh, Tabakid. Ah ne, den Wassereimer müssen wir ja hier lassen, ne? Ja, den kannst du auch ausleeren. Nein, 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 nein. Füllen halt danach wieder auf. Ne, ne, ich geh ja jetzt schon... ...huch... Ui... ...huch... 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 Frag nicht, wieso ich so komische Geräusche mache. Nein, scheiße! Ich hab die Spätsache... So. Genau aus diesem Grund mache ich diese... ...äh... ...warte mal, kann ich das hier nicht irgendwie nebendran setzen oder so? Weil das ist echt bescheuert geregelt. Muss mal... ...Gerlinge gesagt auszutaten. Dann muss ich mal ganz gut gucken, wie das Wasser aufkommt, weil je nachdem setze ich das jetzt. Was?! Okay, war mein ganz kleines Problem. Was ist los? Ähm, ich wollte das Wasser oben auf... äh, an eine andere Stelle setzen. Jetzt hab ich den Eimer, in dem sich das Wasser befindet, mit dem wir nach oben auf die Insel zurückkommen. Hallo! Äh... ...da komm ich jetzt nicht mehr hin, mit dem Eimer. Ja, jetzt... ...weiß ich grad nicht... ...und da du da oben auch kein Eisen hast, werden wir jetzt nicht mehr hochkommen. Äh, Eisen hier oben. Wir werden es auch nicht überleben, ohne runter... äh, ohne runter zu kommen. Wenn wir runter gehen... Shit. Okay, ich verstaue den Eimer mal und ähm... ...zuizide... Uaaaiaiai. Ich suizide mich mal ganz kurz. Uiii! Störe. So. Was hast du gemacht? Ich geh mal mal an der anderen Seite. Was hast du hier gemacht? Wieso brennt alles? Ich hab gar nichts gemacht. Aber wieso brennt dann alles? Weil da Lava direkt daneben ist, vielleicht? Ha! Gut möglich, euch... Nein! Ich will diese Maps behalten. Rettet sie. Ich probier's ja aber... Ah, noch... Moment... ...neue Blöcke an. So, das war's. Jetzt hast du sie alle kaputt gemacht. Ich hab sie alle rausgefunden. Diese Bilder funktionieren nicht. Ich hab sie hier in meiner Hand. Oh, das ist bereit. Da! Ah. Gut. Puzzeln. Äh... Au! Arsch! Ey! Hau dich gleich in den Tod. Hast du jetzt... Das ist mir sowas von egal. Ich hab die letzte Karte. Weil wir sie nicht genommen haben. Egal, ich... Ich nehm... Ach, jetzt weiß ich... Ich nehm das Zeug einfach mit... Das ist in der Crafting Table da. Ach, da ist der Crafting Table. Ich nehm das Zeug jetzt einfach mit. Dann können wir das unten hin. Ich wollte bei weitem kein Schild dahin stellen. Wir müssen übrigens irgendwo noch Eisen herbekommen. Damit wir, ähm... Scheiße! In meinem Keller liegt ne Leiche. Ja? Ja, ich weiß, dass wir einen brauchen. Ja, weil da können wir uns nen Eimer nehmen und uns da nen Weg runter machen. Aber so... Warte mal, haben wir oben noch irgendwie... Ne, die Bäume haben wir auch abgeholt bevor wir gegangen. Das war jetzt... Wenn wir auch schon grad warten. War jetzt recht unklug. Nein! Scheiße! Äh... Vielleicht komm ich ja sogar noch weiter nach oben. Danke. Danke. So, äh... Da ist natürlich auch kein Crafting Table mehr hier... Ach doch, da steht sogar noch einer. Na gut. Das wiederum war klug, dass wir den behalten haben. Nicht den runtergenommen haben. Okay, ähm... Ich mach einfach mal zwei Spitzhacken. Äh, nein, den hat mich gerade raus. Ich gerade hier. Egal. So, jetzt kann ich hier ja ein bisschen davon farmen. Ich weiß auch im Endeffekt nicht, wieso ich zwei Spitzhacken gemacht hätte. Ja, mach mal. Wo bist denn du? So... Da, if you brauch... Just a Royce by you. Gerade ist hier ne Spitzhacken lang geschwommen. So... Kann ich mir jetzt... Ne Spitzhacken zum Abbauen von... krasseren Materialien machen. Uuuh... Okay, die Entfernung reicht leider nicht. Es klingt grad echt so, als ob du in einem Tunnel bist. Ja. Ähm... Okay, wo kommen wir am effizientesten und am direktesten an... Eiii... Das ist Schnee? Ja. Ein Eisen. Ähm, wenn ich da rüber lauf... Ich hoffe jetzt mal, dass in dieser Zeit kein Monster spawnt. Da könnten wir uns hinbauen. Da vorne. Ich bin gerade... bei einem... Ich bin gerade... Ich bin gerade... Falls es dich interessiert, Nico. Ich baue gerade einen Weg darüber. Aber der... dauert ne Weile, bis der fertig ist. Äh... Gerade uns sind sogar Steine. Da kann ich hin. Äh, Käse tot. Fuck. Es hat sich auch ein bisschen komisch angehört. Ja, ich bin schlecht aus dem Kappfakt Wasserfall da gefallen. Das ist blöd, wenn du da rauskommst. Es hat sich mehr angehört, wie als ob Unmengen an Wasser in Unmengen von Lava geschickt werden. Lega, nein. Ähm, ist hier irgendwo Eisen außer dem ganzen Netz? Nee, das nicht. Aber ich hab doch vorhin Eisen hier noch gesehen sogar. Nein, noch nicht. Ich... Da... Ach doch. Nur so zeitweise ist hier Eisen. Nee, das war... Hier ist auch Eisen, aber nur so zeitweise. Ich kann das zwar abbauen, aber da würde uns nichts stürzen. Also lass ich einfach... Hast du ne Steinhacke dabei? Ja, ich hab ne Steinhacke. Ich hab gerade eben eine... ...crafted. Wop, wop, wop. So. Ähm. Ja, warte mal. Dann kann ich ja eigentlich noch ein Stückchen davon farmen. Klick. Komm, komm. Boot, boot, boot. Und weiter abbauen. Aber das ist echt scheiße, dass es manchmal verbrennt. Hm. Boah, fuck. Ah, shit. Oh. Ist auch scheiße, wenn ich brenne. Die fucking Röberfischchen. Ach, warte mal. Warte mal. Geht das in die Entfernung oder auch in die Höhe? Wie kannst du euch jetzt die glorreiche Idee oben... ...den Wasserblock bestellen? Ah. Ich wollte den woanders hinsetzen, weil das ziemlich bescheuert war, fand ich, wie der da liegt. War es auch, aber... Ich versteh dich. Ich mach jetzt einfach mal Slaps, weil wir ja nicht wirklich hoch müssen, sondern mehr weit. So. Ui. Okay, darüber... Da steht ein Creeper drauf. Soll ich ihn explodieren lassen, geht er jetzt gerade eh hin.